Wahnsinn, wie viele Züge durch den Bahnhof von San Francisco fahren. Dieser Zug erreicht Los Angeles in weniger als zwei Stunden. Wow, das ist schnell. Echt unglaublich. Die Frage ist nur, fahren wir nun mit oder ohne deinen Cousin? Klar, dein Hund bekommt auch ein Autogramm. Hey, da ist das coole Alien-Kind aus den Nachrichten. Ich hab gehört, seine Lieblingsgabe ist Pizza. Yo, verwandel dich mal in den roten Alien. Haha, ganz genau. Ben werde ich genannt und meine Aliens sind weltbekannt. Ich liebe meine Fans. Okay, du kannst aufhören. Nicht wirklich, das schulde ich meinen vielen Fans. Sehr unglaubwürdig. Unglaubwürdig, Gwen? Diese Leute verehren mich. Warum soll ich meinen Heldenruhm nicht auch mal genießen können? Die kennen dich doch kaum. Hör mal auf, so herumzupralen. Prahlerei ist gut, Gwen, denn nur so wird man zum Star. Hört auf zu streiten, ihr zwei. Entschuldigen Sie bitte. Wow, Opa Max, der drängelt sich vor. Kein Problem, Ben, er ist bestimmt nur aufgeregt. Ich glaube, er braucht Hilfe. Nicht jeder ist so modern wie euer Opa Max. Entschuldigen Sie, Sir, diese Automaten sind etwas schwierig. Ich helfe Ihnen gerne weiter. Sie müssen nur... Oh, wer ist dein Roboter? Ben? Oh, da steckt bestimmt Steve Smith dahinter. Ich heiße Smile. Das merke ich mir nie. Jetzt muss ich mich nicht länger verstecken. Meine Roboter machen einen kurzen Prozess mit euch. Oh, du willst einen kurzen Prozess? Kannst du haben. Ganz ehrlich, deine Maschinen taugen mal wieder überhaupt nichts. Du wagst es, meine Soldaten so zu verunglimpfen? Ich sag nur die Wahrheit. Du bist so von der Vergangenheit besessen und doch vergisst du immer wieder, wie gut ich diese Dinge auseinandernehmen kann. Sehr gut. Wie wär's mit einer helfenden Hand? Dann macht ihr Spaß. Losziehen, Tennyson. Du Monster! Was hast du mit meinen wunderbaren Urwerksoldaten angestellt? Zeig Respekt für die glorreiche Vergangenheit. Ich werde mich nicht länger auf eine so unwürdige Art behandeln lassen. Deine Flechbüchsen sind hinüber. Wieder verloren. Warum verkriechst du dich nicht einfach in dein Loch? Was du brauchst, Bursche, ist eine Lektion für deine äußerst rüpelhafte Art. Hier, mein Federhandschuh. Warte, was soll das? Ben, du wurdest zum Duell herausgefordert. Ja, der komische alte Kauz hat recht. Vorsicht! Aber ich hab ihn schon besiegt. Naja, im Duell geht es eigentlich weniger darum, wer was kann, als vielmehr um Stolz und Prahlerei. Meine beiden Lieblingseigenschaften. Oder wir gehen einfach. Ben, ich weiß ja nicht, ob... Extra-Prahlerei lass ich mir nicht entgehen. Nenne mir deine Bedingungen, Bursche. Wenn ich gewinne, musst du zugeben, dass dein Steampunk-Blödsinn ein Haufen Müll ist. Ah, nun gut. Aber falls ich mich behaupte, musst du dich öffentlich demütigen und zwar vor deinen Geliebten bewundern. Halt, darf ich nochmal? Meine Strafe ist ja viel schlimmer. Es verletzt den Stolz eines Mannes, wenn man einmal festgelegte Abmachungen nicht einhält. Das ist doch dumm. Ja, du musst wirklich nicht... Ich akzeptiere! Warum mische ich mich ein? Was nehme ich nur? Aha. Warte! Was? Ich meine, als Herausgeforderter wird die Ausrüstung und der Ort des Duells von Ben gewählt. Woher weißt du so viel über Duelle? Tja, das ist längst nicht mein erstes Duell, Rodeo. Verflixt, aber so lauten die Gentleman-Regeln. Dieser alte Unruhestifter hat recht. Als wärst du noch ein junger Hüpfer. Okay, Ben, es ist super wichtig, dass du dir das gut überlegst. Ich kenne den perfekten Ort. Okay, Smythe, sag mir, was hältst du von Lasertown? Lasertown? Ich glaube, du hast dort Hausverbot und zwar auf Lebenszeit. Ach, ich sehe das nicht so eng. Oh, guten Tag, wer da her? Melden Sie uns für das Mann-gegen-Mann-Gelüx-Paket an. Hausverbot für immer. Hm, wie war noch gleich ihr Name? Ben! Äh, fort! Nein, nicht schön! Sie sind bereit. Lass den Kampf der übergroßen Egos beginnen. Sobald der Alarm losgeht, muss man 10.000 Punkte erreichen, um zu gewinnen. Aber so lange hältst du nicht durch. Ich versichere dir, Bursche. Ich bin wie eine gut geölte Maschine. So präzise wie meine Roboter. Uh, du beleidigst dich selbst. Alles klar, Upgrade gibt mir einen Megalaser, der alles weglasert, was sich lasern lässt. Upgrade ist immer noch offline. Wo steckst du, Kumpel? Das passiert nun mal, wenn man sich auf diese schnelllebige, moderne Technologie verlässt. Sie lässt dich im Stich, wenn du sie am meisten brauchst. Wie funktioniert diese komische Vorrichtung? Ah, ha, ha, ha! Das!